Schlimmer Verkehrsunfall in Essling bei Stuttgart. Ein Audi SUV erfasst auf einem Gehweg eine 39-Jährige und ihre zwei kleinen Söhne im Alter von drei und sechs Jahren. Die drei hatten keine Chance, sie sterben noch an der Unfallstelle. Diese Drohnenbilder zeigen das Ausmaß der Katastrophe. Der Fahrer des Audi Q3 ist am Abend ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Der SUV überfährt den Bordstein und trifft Mutter und Kinder. Polizisten und Rettungskräfte sind erschüttert. Augenzeugen berichten von Tränen. Der Fahrer und ein weiterer Beteiligter werden ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz dauert Stunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.